Ja, da sind wir wieder. Ich schaue einfach zu geil aus, wenn ich das Aufnahmegerät aufnehme. Warte auf den König! Ja, also, geht schon los, oha! Ja du Dack! Also, wenn ich sag, es schaue so geil aus, wenn ich es aufnehme. Ja. Ob es nicht zu weit vom Mikrofon weg? Ja. Tschö. Steinen! So, äh, auf ins nächste Abenteuer. Ja. Habt ihr gesehen. Warte auf mich, warte auf mich, IG vor IG. Habt ihr gesehen? Halt, du bist ein äußerer Robben. Halt, der Stühle. Ja, das ist ne Fischparty. Fisch! Lade Screen! Prost. Cheers. Ja, ja, let's playen macht durftig und hungrig. Deswegen frisier, nehmt paar Jeeps. Bin nicht verhunger da gerade. 6000 Schatz live. Haha. Weniger als halb so viel, wie ich erhofft hatte. 6000 werden nicht genug sein, um die Linien Mordors zu durchbrechen. Loll? Oh, jetzt kriegt er sein Schwert wieder. Ich ziehe mich zurück. Mein Herr Elrond. Du hast eine Übermacht gegen dich Aragorn. Du brauchst mehr Männer. Es gibt keine. Es gibt jene, die das Gebirge bewohnen. Sie folgen niemandem. Sie werden folgen, doch nur den König von Gondor. Gondoriel, die Flamme des Westen ist geschmiedet aus den Bruchstücken von Nasir. Endlich. Wer ein solch mächtiges Schwert zu führen vermag, vermag es auch eine Streitmacht aufzustellen, die tödlicher ist als jede andere. Lasse den Waldläufer hinter dir. Folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Was für ein Heer sollte sich an solch einem Ort aufhalten? Eines, das verflucht ist. Vor langer Zeit schworen die Menschen des Gebirges, dem letzten König von Gondor einen Eid, ihm beizustehen im Falle des Kampfes. Doch als die Zeit kam und Gondor in höchster Not war, flohen sie und verbargen sich an dunklen Orten im Gebirge. Und so verfluchte Isildur sie, niemals Ruhe zu finden, bis ihr Eid erfüllt sei. Der Weg ist versperrt. Der wurde angelegt von jenen, die tot sind. Läuft, Junge. Läuft. Was ist? Was siehst du? Ich sehe Gestalten von Männern und Pferden. Bleiche Banner wie Wolkenschutz und Speere, die aufraben, die Winterdickichte in einer nebligen Nacht. Ich habe schon was mich das erinnert. Und was? Und das eine hat ein Ringelspiel für die PS2. Ohhhh. Da gibt es eine lustige Story dazu. Na, auf der habe ich schon Bock. Aber mal alle Mandeln sind auf Level 20 auch gespielt. Das war damals das Max-Level. In einer nebligen Nacht. Ja. Du brauchst einen Samba-Tunsch. Jetzt habe ich auch noch was. Auf das Spiel haben wir nie wieder Bock. Ja. Ich habe schon mehr 8 vorgegangen. Was ist denn? 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 Äh, lol. Das Viech wollte ich vorhin fallen. Was ist denn? Nimm mal Stemple in Bosen. Nein. Ich bin an meinen, ich darf das. Er hofft immer wieder genug. Wie so ein Waldfrau. Die Toten folgen uns. Sie wurden gerufen. Die Toten? Gerufen? Das wusste ich doch. Ey, wahrscheinlich muss ich mit dem Link ran. Ja. Ich geh mal ganz chillig. Woll? Ich glaube nicht du kannst die Treppe anziehen. Das leuchtet. Ich habe irgendwas zum zu schlagen in der Nähe ist, ja. Cool! Ich misch dich. Ich habe auch noch einen Sinn. Cool! Verlagst du die Treppe? Ja, modern! Ah, so. Mit der die Treppe läuft du, wahrscheinlich. Soll ich es da auch schon gehabt haben? Ja. Modern, modern! Modern, modern! What the fuck? Nein, 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 nein. Ja, danke! Hey, Junge! Oh, mit voller Absicht! So. Alter, willst du mich verarschen? Hast du das Problem mit dem Bündnis? Jetzt! Springen! Springen, Fähig! Geht doch! Jetzt mach mal wieder raus! Hey, ist dabei? Oh, roll den! Cool, vielleicht ist er aber gleich noch nicht mehr. Das Geisterlicht! Das Geisterlicht! So! Die Verschiedswingen, oder? Die Verschiedswingen, oder? Die Geister! Sagt er das jetzt! 6 Personen Erhöhung! Dann können wir die Geister überraschen! Und 2! Ich hab das nicht gemacht! Ich kann das nicht! Was? Was ist denn da? Hey! What's that? Ja klar! Du verletzt leider ein Herz! Ich stirb! Ich bin der König! Lol, fehl! Der Rotor! Die können wir weiter uns zur Deck fangen! Oh, roll den! So! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Geh! 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 So! Ah, jetzt kommst du raus! Du bist so lieber, als haufe ich kann! So! Was ist denn jetzt? Geh! 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 Es ist Kader verloren! Da ist ein 10.000er! Ähm... Es scheint, mit einem Level viel Geld zu geben! Ja! Ich hab' voll geiler, schon! Woah! So, jetzt ist ein okay! Da! Ohne! Schau mal! Schau mal, was ich gemacht habe! Kann ich im Boden zum... Äh ja! Genial! Siehst du das? Wie krimierend hast? Halt! und ein der Mann ja mir doch ich bin er strahlt er strahlt, er strahlt, weil er mich sieht oh, weiter geht's ja, alles verprügeln, was Geld gibt ok, Geld ich schaue uns nicht raus, ne? danke, Boss, was? nein, wie soll das jetzt? Entschuldigung, du musst nicht ich weiß doch, warte, dass der Flux wieder rauskippt ja da braucht man irgendetwas starkes da braucht man ein Seil hey verprügeln niemand den Tönig super super Parolzeit ja so, bauen wir es auf in den Pülker die Räder waren bloß drin und nicht nach mal sehen ah, nein, nein, nein Entschuldigung mal ein Messer im Rücken ich bin mir gesund sowieso ich bin falsch gebrochen wow äh äh nette, hörte würde ich auch gerne ruhen wir sollen nicht das belächtige Geist auf dem Rücken machen du solltest mal die Ghostbusters ich wollte die Ghostbusters der war jetzt hier echt war der echt? ah, hab ich gar nicht gesehen ne ah nein, tschuldigung wer begrabscht sexuelle Belächtigung kann man auch jetzt flotzen die Steinsäule so oh GOND 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 da oben ist was da oben ist was da oben ist das ist ein Messer das ist ein Messer was weiß ich drüge mal weiter die Wand da ist noch was da ist noch was so ha lego las 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 lego ja 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 hallo hallo legolas du sauter spring schieb das runter nicht schießen runterschmeißen ja hallo oh 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 fett gell was du defensierst ja selbst auf weiter weil die kumpels da töten gell so versuch mal so Gimlii so jetzt mit zwerg ja irgendwie so schierst er ist ein stark der ist ein zwerg also nicht es läuft vor es läuft ich warte ich nicht zahl hier ich kann fliegen die Knöckles rum warte ja Kamera Ah! Ja, klar! Jawohl! Volle Lack! Es macht doch auch Feuer! Hau! Hau! Du musst mich werfen! Äh, hallo? Ah! Er wollte ihn nicht loslassen. So. Okay, dann gehen wir da los. Dann schauen wir mal raus. Ja, da liegt ein Mini-Kitano hinten rein. Ja, ja, ja. Der Skelett hat sich doch nicht rausgeschissen. Das ist mitgekriegt. Der Geist. Ah, da müssen wir schieben. Ah, okay. Zurück gehen! Zurück gehen! Zurück gehen! Oh, bitte! Drück keinen Krotratzen aus. Wir gehen mal da weiter. Okay. Eher beträgt mein Geist. Einer, der eure Lehenstreue fordert. Ha, 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 ha. Die ist versperrt. Nun müsst ihr sterben. Loio! Jo, na! Hauptsache, ein mit dem fetten Schwarz. Scheiß dran! Wie kommen wir mit uns? Au! Hey! Hoio! Was hab ich jetzt mal gemacht? Hey, du hättest die Zielscheibe. Ja, dann lassen wir alles steppen da. Hey, ich bin Hunger Gold. Ja, ja. Was? 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 Ahhhh, schlug mich! Komm her, alles gesehen! Ja, danke! Da ist da! Ich bin Aragorn, ich hab's fette Schlerdita auch jetzt. Können wir da wieder irgendwas raus haben? Waaahhhhhh! 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 Wir waren da noch irgendwie mal raus. Ja? Ich hab mal raus. Okay. Okay, irgendwas gibt's da noch. Viele Geister gibt's da noch. Waaahhh! 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 Ja. Schafft! Läuft! Nur der König von Gondor vermag, mir Befehle zu erteilen. Ich bin Isildurs Erbe. Kämpft für mich und ich werde Ihren Eid als Erfüllt ansehen. Oh Gott. Oh Gott. Raus! 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 I'm running, 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 running. Warte auch nicht. Okay. Ich glaube, es gibt immer einen Unterausgang, gell? Ja. Alter, wie viele Tote da mal reinzahlen. Ah. Ah. Die Regen gleich haben nicht auf die Fresse. Wir engfen. Hm. Cool. Oh, der hat verrückt den noch an. Ja! Die Pfade! Die Pfade! Die Pfade! Die Pfade! Ja. Das war ein Verlauf. Was mit dem Krat hat. Oh. Ja. 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 Oh, Alter, das haben wir scheiße. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du sollst an meiner Stadt über das Volk herrschen. Lange mögest du Edoras verteidigen, wenn die Schlacht schlecht ausgeht. Wir reiten mit wenig Last und schnell. Es ist ein weiter Weg. Und Mann und Tier müssen noch kämpfen können, wenn sie ihn zurückgelegt haben. Kleine Hobbits gehören nicht in den Krieg, mein Herr Meriadoc. Es ist ein Dreitagesritt nach Wieners Tierritt. Und keiner meiner Reiter kann sich mit dir belasten. Das ist mein letztes Wort. Huck! Halt doch mit mir! Hahaha! Ohne ne Ziege! Irgendwie gibt's Ziegen. Verdammt viel in dem Spiel. Ja. Ziegenliebhaber. Epizea oder irgendwas. Ziegenfahren. Alle waren ein Stück. Tritt sich in den Spiel. Cool! Oha! Ja! Er hat eine Ziege! Lol! Ja! Das war's wieder mal! Servus!